So, endlich, nach einer so langen Pause geht es dann endlich mal wieder weiter mit den Verrückten und mit Minecraft und ich weiß gar nicht, was wir überhaupt das letzte Mal gemacht haben, aber ich glaube das letzte Mal war jetzt, glaube ich, fast anderthalb Monate her, war das jetzt irgendwie gespielt dann, gefühlt, weil irgendwie immer ein bisschen was. Ja, das letzte Mal zum Schluss haben wir hier unter meinem Haus die Höhle entdeckt mit dem Monsterspawner höchstwahrscheinlich, und dann hat man auch gesagt, dass wir die Insel noch ein bisschen verändern wollen, dass wir zum Beispiel die Bäume weiter nach unten setzen wollen, damit hier nicht so viel Schatten ist, damit die Monster eher sterben. Ja, ich weiß auf jeden Fall, okay, ich sehe gerade, ihr habt eine Mauer irgendwie hier rumgezogen, das war nämlich beim letzten Mal bei mir zumindest noch nicht da, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt weitergespielt habt. Also ich nicht, die habe ich gemacht beim letzten Mal. Okay, dann ist das bei mir einfach komplett vorbei. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass bei mir irgendwas war mit dem Enderman, das weiß ich auf jeden Fall von der Story her. Oh, ein Huhn. Super. Das war kein Arzt, das ist übrigens. Übrigens, dass man sich doppelt hört, das ist leider ein bisschen normal, dass Baby hat so ein etwas notdürftiges Headset. Deswegen muss man damit erstmal klarkommen. Entschuldigung, aber ich wollte mich, dass du da unten holen hast, ich war neugierig. Was war zu meinem Schuss? Warte mal. Markus, hast du das so gerade gesagt? Ich habe plötzlich verstanden, dass du... Ich habe nur gesagt, dass Yvonnes Handy, äh, Handy, sag ich, äh, Headset kaputt gegangen ist, ja eigentlich ist, und sie hat nur ein Reserve-Headset, gerade deswegen ist das gerade ein bisschen technisch, ein bisschen doof mit dem Doppel, äh... Kann ich ihm, naja, doch. Sie kriegt aber demnächst ein richtiger Weg. Ja, ich muss mir auch mal irgendwas Neues hinter tun. So, was haben wir denn Schönes? Okay, das ist ein Schaf, aber ich will den nicht umbringen, wie krieg ich davon Wolle? Äh, da brauchen wir die Schere. Das ist ein Eisen abformen und dann eine Schere draus brauchen. Aber, äh, ich wollte es nicht umbringen, der Schaf. Schon das Schaf. Oh, 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 oh. Mit neu gezüchtet. Hab ich die... Äh, nicht genug. Kriege ich jetzt ein Eisen wieder her. Ach ja, in die Höhle. Höhle. Wolle, ich wollte gerade sagen, in die Höhle. Zockerrohr. Oh Gott, jetzt muss das sagen. Normalerweise wir, Yvonne. Hä? Ab in die Höhle. Oh Gott. So, was machen wir denn heute überhaupt? Haben wir ja nie Eisen. Das Dach ist fertig, das ist genau. Eisen findet es, glaube ich, eher weiter unten. Ich weiß gar nicht, da gibt es doch, glaube ich, irgendwie so eine Liste, ab wie viel Steine nach unten man bestimmte Sachen findet, oder? Ja. War doch nicht so was. Ich will jetzt hier nicht rumgraben. Sonst mache ich hier ja alles kaputt. Ach, mach ruhig. Ich habe bestimmt noch irgendwo Dynamit. Ich helfe dir, wollte ich damit eigentlich sagen. Ich sterbe eh gleich wieder. Das ist mein Job. Na, wir müssen mal anfangen, mal endlich mal eine Farm zu erstellen, wo wir ein bisschen Brot und sowas machen können, damit man den Hunger auskommt. kann doch. Kann ich denn nicht nur bedienen? Wir sind nie. Die Weil die Möhrchen. aber ohne schweine so da kannst du mir denn was bringen gerade am ehren ich bin gerade so ein bisschen unschüssig was ich bauen soll als nächstes weißt du ich fühle mich gerade so ein bisschen viel am platz es wird auch schon wieder düster da ist er ja ja ich bin relativ von dem scheiß ertrunken gestorben erschlagen worden wie habe ich erfahre dürfen ich komme zurück geschwommen und nein verziehe ich nein da kannst du explodieren da habe ich die sieben fehlt mir ja ist klar muss ändern wenn eigentlich in dem gerade hinterher gerannt ist aber schlafen weh und dann regst du dich wieder auf weil du 10.000 mal von somis erschlagen ich frage mich eigentlich in dem aber weil sie müssen doch wissen wo die ecke schon abgehen garantierlich in deinem weg du kannst jetzt nicht schlafen sind wir uns an ja dann können wir uns an Skelett jetzt hoffe ich zumindest dass ich weitermachen kann dass ich gleich der Nächste von mir vor dem Tisch geht ja also meine Fettchen so weiter geht's so habe ich irgendwo noch extra oder so ach ja Yvonne ja du hast gestern bei meinem Skon reingucken ja so eine halbe Stunde und dann musste ich kurz was noch mal erledigen ich habe überhaupt nicht gesehen jetzt gerade vom Spielschalter also ich würde die Sandfläche erstmal begradigen dann macht das doch und dann würd ich hier hinten die ganze Baum noch in den Baum das ist nicht korrekt, oh Gott das kommt doch hin ich würde mich helfen das wäre ich nur ne Viertel was machst du mal? dann leg's doch los gar nix gar nix du hast nicht mal ne Axt ich brauch ne Axt ich brauch ne Axt um Bäume zu fällen ja dann mach doch wie soll ich das machen mit bloßen Fingern oder was äh der Werkbank ach wie Mimi bin du nicht dein Diener der dein Werkzeug herstellt ja doch nein doch doch einfach so also den passt das nicht vollständig ab dann muss ich wieder jetzt machen dann brauch ich auch meine Axt es mir doch egal so oh der baut jetzt jetzt setz ich mal noch ein paar Setzlinge hier schön Setzen bevor ich überhaupt anfangen hab ich setze die extra Jensen okay ich würde eigentlich das machen dann noch bauen ist so random und so Botanikmusik ja oh ein Okan ja so 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 hier ist der hier 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 ist der habe ich irgendwo bei kämpfen die wohns haus ist ja ja das bin ich ich habe auch keinen café gehabt morgen das kann auch sein ja ich habe wirklich kein café gehabt und vor die kasse aber die die kanne ist im geschefspieler durch so damit ist der schaden des creepers die kommen bei dir gerade auch irgendwo in den synapsen ich brauche ich habe eine ziege gefunden hier kommt pass auf hier ist wasser da sind wasser vermisst ja ich weiß ich wollte ihn töten aber ich bin nicht hingekommen ich will nicht eingehen das ist ein bild das ist ein blumen das ist ein fliegenpürze lässt sich nicht auch wenn ich überhaupt schon wieder so 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 Jetzt habe ich ein paar Äxte, jetzt kann ich weiter machen. Okay, jetzt wundere ich mal zurück. Wow, Kevin hat einen ganzen Baum abgefällt. Hä? Hat den nicht immer mal zur Hälfte stehen lassen? Ich kann doch wieder damit anfangen. Nö. Nö. Das stimmt nicht. Doch. Ärger, Ärger. Ich habe zu schurzen. Hm. Nö. 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 Jetzt komm doch mal aus der Ecke da raus, wo die... Hier ist doch... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich hab nen Feuerstein. Ich hab nen Feuerstein. Ja, ähm, Feuerstein, das gibt's jetzt. Ja, warte. Okay. So, Pilze schmeiß ich hier rein. Den pflanz ich. Das muss gebraten werden. So. So. Das ist ein Krieger von meiner Tür. Das ist gut, gut. Das ne успete aus. Das ist ein Krieger von der Tür. Das war's für heute. Das war's für heute.